Holy shit, what the fuck, epic, epic Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Golden Game Hier stehen kurz vor den 50 Abonnenten und der Folge 10 bei Setherio Nämlich diese jetzige, das ist Folge 10 Ich bin wie immer, upsala, Golden Game Nice, Schreibfehler, so Der Rand ist immer noch da, deswegen dauert das E jetzt hier noch ein bisschen länger immer Nicht, wenn das nicht übel, aber okay Auha Jo, der Erste hat schon eine Länge von 40.000 Nicht schlecht, nicht schlecht Das ist gar nicht so übel Oh, wat Jetzt sind die 40.000 weg und der Höchst hat 18.000 Okay Na dann Ach, ja Ich muss da gleich noch was machen, fällt mir grad ein Wollte ja gewünscht von einem Gehirn Janik, ne, Janik Wenn das so dein Name ist Da wollte er ein paar Farben Mal andere Farben sehen Und ja Versuche ich das mal Ey Komm her Ich mach den Fersig Nein Warte, ich krieg den Ach, verdammt Schade 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 War ja auch nicht Irgendwie wichtig War ja nur so ein kleiner Lobop Mit so richtig wenig Masse Hat er kaum Gewinn gemacht Man Sehr, sehr schlecht für ihn Oh Wachs, 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 wachs Nice Komm her Halt noch nicht weg du Hautfarbener Normaler Wurm Guck dir meinen Partywurm an Oh, jetzt hab ich's schon wieder vergessen Fällt mir ein Tja Gleich komm's Ich werd sowieso schnell sterben Da ich jetzt Risiko mache Oh Okay Ich dachte ich wär tot Ah, okay Ich bin tot Wer kann das ja jetzt machen Chainskin Wir nehmen mal den Dudududum Deutsch Ja Spielen wir mal mit dem Deutsch Vielleicht bringt er Glück Vielleicht bringt er Glück Snake, Snake, Snake Hat Oh, ich dachte ich hätt ihn Ahem Man sieht glaub ich auch oben an den Zeilen in der Rangliste Wenn sie mal auftauchen würde Die Farbe der Würmer Aber ich weiß nicht wie sie das bei dir Regenbogenfarbener machen Oder bei Zweifarbigen Dreifarbigen Ob das dann irgendwie Unterschiede ergibt Oder zählt der Kopf Weil ich hab jetzt einen schwarzen Oha Kopf Heilige Scheiße Holy shit What the fuck Epic 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 Ich hab einen Doppel Monster Kill gemacht What the fuck Ist das Alter 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 Vater Alter Alter Ich bin gierig Ich zieh's mir rein Ich bin so lang Ich bin so lang Ich bin so lang Alter Äh ja ok Elfter Platz nur durch ein Doppel Kill Nice Nice Habe ich die beide geowned Und der wurde auch geowned Kann ich den bekommen? Na So Komm her Ich bin eine Schlange Ich bin eine ganz gute Schlange Platz 11 immer noch Ich will aber den Platz verlängern Haha verlängern Das bin ich nicht muss ich mir merken Okay 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 was macht der da? Oha Oha Was passiert hier? What? Nein What? Danke Bro Für diese schöne Ja ich bin Platz 8 Jetzt wird er 10 Yoko Ist das jetzt jetzt zu drehen Oh Backe Nice Wir sind Platz 9 wieder mit 12.000 Alter 12.000 12.000 12.000 Oder Ich bin so drunter Ich bin so drunter Und da 16.000 Naja, Deutschland Okay Nope Tschüss Mich fickst du nicht heute Nein, heute nicht Der will mich doch ficken, Alter Der will mich ficken, Alter Alter, was geht hier ab für eine Party? Scheun mal der Party, ihr kleinen Cute Lille Worms hier Republic Serbia, komm her Naja, naja Lille Okay, Platz 6 Ja, nice Nice, nice, nice Komm her Nice Und Platz 5 Sehr angenehm, sehr angenehm Hoppala Das war knapp Ich hab Angst Okay, was macht der da? Der flippt so aus Sex Oh, oh, nice Gut gemacht, gut gemacht Gut gemacht Platz 4 Okay Nicht übertreiben Wo bin ich überhaupt Auf der Karte? Okay, fast in der Mitte Ich komme Ich komme Ich bin Golden Gain Ist An Stittel Okay Ich hoffe, die fixen das auch noch mit dem Rand Das nervt nämlich ein bisschen immer mit dem Rändern, weil das so ewig lange braucht, um Halt das Bild immer ranzuzoomen, weil ich zoome immer in dem Feld an, wo der Rand halt nicht ist Aber ich bin übrigens Platz 3 Und dann, wenn ich da ranzoome, dann kommt halt die Verzögerung, weil der muss jedes einzelne Bild pro Sekunde verarbeiten und das dauert halt seine Zeit Und vorher, als das noch nicht so war, konnte man einfach aufnehmen 20 Minuten fertig, jetzt dauert es so 1, 2, 3 Stunden Kommt drauf an Holy shit Nice, nice, nice Oh Alter Alter Nein Das ist Platz 2 Okay, Platz 2 noch geworden Alles klar, alles klar Platz 2 Platz 2 ist aber auch nicht schlecht Ich hätte es aber besser gefunden, wenn ich wieder Platz 1 gewonnen werde 19.000 war ja noch ein bisschen weit entfernt Guck mal Na Na Komm her, du Du Yeah Wer will mich holen? Komm Willst du mich holen, Mann? Willst, willst, oder willst Willst du mich holen, hä? Komm her Ich schlängel dich weg hier Oh, da ist noch einer Hier, komm her, Milk Ja, nice Die haben noch nicht das Spiel so raus Nice Kleiner Fang Ah, fuck Das war ein großer Naja Naja Oh yeah Oh, ho, 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 alter Junge Okay, egal Nice Move zum Abschluss der Folge Heute mal ein bisschen kürzer, aber wegen der Renderzeit müsst ihr verstehen Aber wir sind wieder Platz 2 geworden, deswegen Kein Ding Ich hab's wieder geschafft auf die Rangliste der Top 3 zu kommen Und Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da Oder nicht Wenn nicht, dann nicht Aber auf jeden Fall Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Abonnieren nicht vergessen Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt Ich bin raus Euer Golden Game 3, 2, 1 Ciao Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal